Sehen wir doch einfach mal die Wetterlage positiv. Es wird jetzt ein richtig netter Sommertag. Ja, ich weiß, nett ist die kleine Schwester von... Ich spreche es jetzt nicht aus. Es ist natürlich jetzt kein super duper Sommertag, wo es überall um 25 Grad gibt, aber so schlecht ist es wirklich nicht. Gucken wir mal in die Details. Besonders im Süden, da haben wir richtig viel Sonnenschein. Das war ja auch schon gestern so, dass Hoch Winnie tobt sich hier weiter aus. Obwohl Toben jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt ist. Ein paar wenige Wolken nur hier in diesem Bogen. Ansonsten sehr, sehr viel Sonnenschein. Da versteckt sich ein Schauer. Gucken wir mal in die Nordhälfte. Es gibt so zwei Zonen, wo es ein bisschen regnen könnte. Es gibt hier so ein paar Schauer, die von der Uckermark her über Brandenburg, Berlin ein bisschen die Lausitz ziehen können. Und dann ziehen hier später im Laufe des Tages von Westen ein paar Niederschläge rein. Das ist eine sehr feuchte Wetterzone, die da so langsam mal anklopft. Die wird uns die ganzen nächsten Tage beschäftigen. Dementsprechend sei noch mal gesagt, nutzt den heutigen Tag so gut ihr könnt. Auch wenn da einige dichte Wolken immer wieder mal durchziehen. Und wie gesagt, hier im Osten ein paar Schauer dabei sind und hier im Westen dann später etwas Regen. Es wird noch der beste Tag sein bis einschließlich Samstag. Richtig schön ist es übrigens direkt an der Ostseeküste. Hier haben wir teilweise so an die 12, 13, vielleicht sogar 14 Sonnenstunden. Es ist da jetzt nicht so ganz warm mit rund 19, 21 Grad. Je nachdem, ob man im Binnenland oder an den Küsten ist. Am kühlsten wahrscheinlich im äußersten Nordwesten. Im Südwesten, da sind wir bei 25, 26 Grad. Da haben wir dann offiziell auch die Sommermarke erreicht. Cremt euch auch ganz gut ein. Die Luft ist sehr trocken und relativ klar und sauber. Aber dementsprechend holt man sich schnell dann Sonnenbrand weg. Klar, unter den dichteren Wolken, da ist die UV-Belastung nur mäßig. Gucken wir in die nächste Nacht. Ich habe es schon angedeutet, der Regen, der zieht hier von Westen auf und der breitet sich dann ein bisschen aus. Im Osten ist es noch relativ klar. Aber mit diesen Wolken und der feuchten Luft wird die Luft auch nicht mehr ganz so stark auskühlen in den nächsten Nächten. Also, die Kälte ist vorbei.